Hallihallo ihr Lieben, heute lese ich für euch Teil 10 aus dem Roman By Baby Beauty. Ich halte ihn hier nochmal hoch. Das ist jetzt mein Leseexemplar, das mit verschiedenen Anmerkungen immer drin, weil ich ja schon einige Lesungen hatte. Und ich freue mich sehr über eure Reaktionen und dass ihr Jenny auf Jennys Spuren folgt, also mir folgt und ihr mir schon geschrieben habt, sind da eventuelle Ähnlichkeiten? So ein bisschen natürlich schon, wenn man so eine Geschichte schreibt, gerade über das Älterwerden, über Jugendwahl, über eine Frau an sich selber und ich bin ja eine. Klar, dass da viel Persönliches einfließt und ich habe, da ist auch einiges logisch, ja, drin enthalten, was mich natürlich betrifft, was ich auch erlebt habe. Ich habe ja auch, war ja auch zu Recherchezwecken in L.E. und ich habe auch einige sehr interessante Leute kennengelernt. Aber ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, ob diese Geschichte nun so eins zu eins stattgefunden hat. So eins zu eins nicht ganz, aber in etwa. Also, gut, das nächste Kapitel. Ich muss leider die Brille aufsetzen. Forever Young. Im Badezimmer des Schönheitsdoktors saßen einige junge, hübsche Mädchen herum und die Frage warf sich auf, was die da eigentlich wollten. Für Jennys Empfinden waren die hier total viel am Platz. Ehe sie sich versah, wurde sie auch schon aufgerufen und die nette Empfangsdame geleitete sie ins Sprechzimmer. Der Gott in Weiß dachte, Jenny sah für sein Alter ein bisschen zu straff und jugendlich aus, aber das brachte der Job wohl mit sich. Schließlich war es seine eigene Visitenkarte. Nach kurzem Smalltalk ging es zur Sache. Jenny sollte sich ausziehen und bevor sie protestieren konnte, meinte er, naja, jetzt, wo sie schon mal da sind, schauen wir mal, was außer der von ihnen gewünschten Liedstraffung noch so alles in Frage käme. Jenny stockte. Der Fachmann hatte gesprochen. Brav ging sie in die angrenzende Kabine und zog sich bis auf den Slip und BH aus. Der Doktor erwartete sie schon mit einem schwarzen Edding bewaffnet, um auch gleich seine Kreise auf die zu rekonstruierenden Körperteile zu malen. Völlig geschockt ließ Jenny die Prozedur über sich ergehen. Geschäftstüchtig erklärte er, also Frau Erdbeerstein, da wäre erst einmal ein nicht allzu groß ausfallendes Silikonimplantat für ihre Brust. Also was die immer mit Jennys Busen haben, ne? Jenny hielt die Luft an. Daran hatte ich eigentlich nicht gedacht. Er sah sie kurz an und redete weiter. Dann könnte man etwas Fett aus den Oberschenkeln absaugen und die Wülste an den Knien. Wülste? Na guck mal, sehen Sie mal, sagte er und kniff ihr seitlich ans Knie. Das ist nur minimal. Ein kleines Lifting und schon hätten Sie wieder Beine wie eine 20-Jährige. So und jetzt drehen Sie sich mal um. Jenny drehte sich. Also wir könnten das aus Ihren Oberschenkeln entnommene Eigenfett verwenden, denn hätten Sie wieder einen schönen runden Po, so einen wie ihn alle gerne haben wollen. Jenny traut ihren Ohren nicht. Der ging ja richtig ans Eingemachte. Und bevor wir uns ihr Gesicht vornehmen, ziehen Sie sich erst mal wieder an. Jenny zog ihr Fürstenberg-Wickelkleid über die schwarzen Kreise und dachte hektisch daran, wie sie die wohl wieder abbekäme. Also Frau Erdbeerstein, schöner Name übrigens. Ich muss mir ihr Gesicht etwas genauer ansehen. Er lehnte sich vor, begutachtete und sprach, also ein komplettes Gesichtslifting ist noch nicht nötig. Jenny atmete erleichtert auf. Also die Oberlidstraffung ist ein absolutes Must-Have für jede Frau ab 40. Etwas Botox für eine faltenfreie Stirn und Hyaluronsäure mit Depo-Effekt, die bei Knitterfältchen großflächig eingesetzt wird und nebenbei die Kollagenproduktion anregt, würde ich Ihnen auch empfehlen. Also hier und da noch ein paar Füllstoffe, die jugendlich pralle Wangen zaubern und Sie werden erfreut sein, wie frisch Sie danach aussehen. Allerdings nach zwei bis vier Monaten müssten Sie wiederkommen und wir müssen nachspritzen. Und jetzt kommen wir zum Kinn. Sie wissen ja, die berühmte Schwerkraft. Jenny nickte zustimmt. Der redete ja ohne Punkt und Komma. Also das Kinn und die Kieferlinie zeigen meist die ersten Zeichen des Alterns. Spezielle Implantate können Ihrem Gesicht zu neuer Blüte verhelfen. Aha. Also da gibt es die Methode der Konturenstraffung mit einem sogenannten Zackenstrip. Jenny riss erstaunt die Augen auf. Das hörte sich nach Schmerzen an. Der Doc sah ihre Bedenken und sagte, naja, also alles halb so schlimm. Hier. Er zeigte Jenny Fotos von Megan Fox und Lindsay Lohen. Sehen Sie? Jenny sah auf die Fotos und dachte, Mann, die sind doch noch nicht mal 30. Und fragte, also meinen Sie diese Apfelbäckchen? Tja, also Apfelbäckchen, der letzte Schrei in Hollywood. Ziemlich schräg. Und wie geht das? Nun ja, also räusperte sich der Gottinweis. Das hört sich ein bisschen schlimmer an, als es im Endeffekt ist. So ein Wangenimplantat wird durchs Auge nach unten eingeführt und festgeschraubt. Jenny schüttelte sich. Also, oh wow, das hört sich ja total gruselig an. Aber das Ergebnis, Frau Erdbeckchen, auf das Ergebnis kommt das doch an. Fakt ist, dass das Auffüllen der Wangenknochen mit Implantaten ein Gesicht für sehr, sehr lange Zeit bedeutend jünger aussehen lässt. Also, Sie müssen entschuldigen, meinte Jenny völlig entnervt. Das geht mir alles zu weit. Ich möchte, also nee, ich will das nicht. So will ich nicht aussehen. Also, wie Sie meinen. Ihre Lippen allerdings, also die sind in Ordnung. Die sind filmreif. Das könnte ich jetzt nicht besser spritzen. Jenny lächelte etwas gequillt. Also, sie hatte gedacht, dass ihr noch etwas mehr Zeit blieb, so rigoros über das Alter nachdenken zu müssen. Nix da. Sie erfuhr sie eben, dass die erste kleine Gesichtsoperation schon mit 35 vorgenommen werden sollte. Danach reichte es nach Meinung des Experten aus, das Gesicht mit ein oder zwei kleinen Schnitten etwas frischer zu straffen. Aus alterstechnischen Gründen sei sie so mittendrin, allerdings mit 55, okay, da bin ich jetzt gerade, da müsste der Chirurg schon richtig schneiden, spannen und ziehen. Und die Wundteilung im fortgeschrittenen Alter, na gut, die sei eben auch nicht mehr so ganz ohne. Aber sie sei ja noch nicht mal 50 und deshalb sollte sie sich mal keine Sorgen machen. Das kriege er ja schon wieder hin. Also, er kriegt das hin, ihr ein jugendliches Aussehen zu verpassen. Wenigstens entsprach ihr Mund dem Schönheitsideal. Der Doc fragte, was Jenny denn von seinen Vorschlägen halte und setzte noch einen Schmankerl obendrauf, dass beim Komplettprogramm auch ein Preisnachlass möglich sei. Also, Jenny nästelte nervös in ihrer Tasche herum. Ich muss darüber nachdenken, bevor ich mich entscheide. Also, sie versuchte sich irgendwie so höflich wie möglich aus der Affäre zu winden. Also, sagen Sie mal, was gibt es denn da zu überlegen? Ich dachte, sie wollten jünger aussehen. Naja, schon. Aber wissen Sie, ich dachte an eine Liedstraffung und nicht an eine Rundumerneuerung. Also, sein perfektes Gesicht hält er sich auf. Das denken alle, wenn sie zu mir kommen. Nur ein bisschen hier und ein bisschen da und da und dann liegt ja doch die Eitelkeit. Also, Jenny wollte nicht in diesen Topf geworfen werden, nur weil es alle anderen so machten. Sie war doch kein willenloses Ding. Das musste hier mal klargestellt werden. Hören Sie, wie ich schon sagte, ich muss darüber nachdenken. Weiter kam sie gar nicht. Sagte der Doc schnippisch. Wie Sie wollen, ich habe eine lange Warteliste. Schön für Sie. Na dann weiterhin gute Geschäfte. Sie nahm ihre Handtasche, grüßte und ging. Im Wartezimmer stoppte sie kurz und drehte sich zu den Mädchen um und sagte, ihr seid doch alle völlig plämpläm, völlig verrückt. Die Mädchen schauten kurz auf, guckten gelangweilt und nahmen ihre Zeitschrift wieder auf. Wahrscheinlich hielten sie Jenny für eine arme Irre, der nicht mehr zu helfen war und hofften weiter auf ein kleines operatives Wunder. Im Auto fluchte Jenny vor sich hin. Das war doch nicht zu fassen, was sie soeben erlebt hatte. Gut, sie ist freiwillig zu diesem Doc gegangen, aber dass er sie so schlachten würde, darauf war sie nicht vorbereitet. Jenny sah kurz in den Rückspiegel und fand sich mittlerweile ganz passabel. Sie war eine Frau ohne Faible fürs Barbie, Kindchenschema. Die Idee, sich einer Operation zu unterziehen, um den Alterungsprozess aufzuhalten, missfiel ihr irgendwie immer mehr. Das Skalpell machte doch niemanden glücklicher und diese verlogene Schönheit sei nur ein eitler Wahn. Sie überlegte, irgendwie war es doch ein guter Tag und rief sofort bei Hannah an. Hast du Lust auf Lunch? Klar doch, wo treffen wir uns in unsere Sushi-Bar. Beide sahen konzentriert auf die an ihnen vorbeifahrenden Tellerchen. Sag mal, wie war es denn beim Doc? Oh Gott, hör bloß auf, das war der blanke Horror. Keine zehn Pferde kriegen mich jeder wieder hin. War es so schlimm. Also stell dir vor, der hat meinen Körper mit einem Edding markiert, was an mir alles abzusaugen und zu straffen sei, ein Mini-Lifting fürs Gesicht empfohlen und das bitte vorm fünfzigsten. Jenny, du hast Kleidergröße S, was wollte denn der absaugen? Frag nicht, das ist alles völlig indiskutabel. Also willst du meine Meinung hören? Frag danach. Ja, sag schon. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Ich auch. Jetzt ist endlich Ruhe im Karton. Aber offen gestanden frage ich mich schon, was ist eigentlich der Maßstab für Attraktivität? Also ich denke, das, was wir als attraktiv, schön und begehrenswert empfinden, existiert in der Realität überhaupt nicht. Stimmt, Frauen sind so einfältig. Wir himmeln Fotos an, die doch nur das Resultat modernster Computertechnologie sind. Wir lassen uns von der Werbung total beeinflussen, obwohl wir es doch besser wissen müssten. Völlig richtig, Jenny. Egal, wie viel Kaviarcreme wir uns ins Gesicht schmieren. Und doch wollen wir dem Ziel, jünger auszusehen, partout näher kommen. Tja, der Preis ewiger Jugend ist hoch und kostet ein bisschen Seele, erwiderte Hannah. Die Begierde ist eben oft stärker als die Vernunft. Also ich habe jedenfalls die Faxendecke. Diese ständigen Gedanken um die eigene Schönheit sind einfach nur Glückskiller und ich habe keine Lust darauf, als chronisch unzufriedene Frau durchs Leben zu stolpern, nur weil ich nicht mehr das Aussehen einer 20-Jährigen habe. Gut so, bestätigte Hannah. Jenny war nun richtig in Rage. Und noch etwas, ich lasse mich auch nicht von Tom Arschloch unter Druck setzen, nur weil er junge Frauen fickt. Weißt du, ich werde nicht verzweifeln, kein Trübsal blasen oder mir beim Friseur einen flotten Bob verpassen lassen. Und zum Stadttanzkurs melde ich mich auch nicht an. Ich kann alleine um meine Misere herumtanzen. Auf zu neuen Ufern. Apropos, ruf Vego an. Ach, ich weiß nicht, ich traue mich irgendwie nicht. Dein Termin hat sich erledigt. Ruf ihn jetzt an. Jenny sah auf die Uhr, holte ihr iPhone aus der Tasche und suchte den Zettel mit seiner Telefonnummer. Sie tippte die Nummer ein, wartete kurz und drückte auf Beenden. Was ist denn los? Wieso hast denn du beendet? Also er ging nicht ran. Also Jenny, du hättest auf seine Mailbox sprechen können. Kurz darauf ertönte der liebliche Apple-Ton und Jenny sah die soeben von ihr gewählte Nummer. Los, jetzt nimm schon an, bestimmte Hannah. Hi. Du hast so schnell wieder aufgelegt. Hi. Ich dachte, äh, wie geht's dir? Also jetzt setz dich ins Flugzeug und komm her. Okay, stammelte sie und gleich hielte vor sich hin. Ich freue mich. Ich auch. Du, Vego. Ja, Schönste. Ich schicke dir eine SMS, wann ich lande. Ja, flieg vorsichtig und Kuss. Kuss. Jenny beendete das Gespräch, grinsend wie ein Million-Dollar-Baby. Und, was hat er gesagt? Dass er sich freut. Und er hat mich Schönste genannt. Oh ja, der Mann hat Klasse. Dabei lächelte sie Jenny wissend an. Du, ich muss mir noch schnell ein Ticket kaufen. Ach, das kannst du doch im Internet machen. Nee, ich bin da etwas altmodisch. Ist mir viel zu kompliziert. Das ist nicht kompliziert, Jenny. Kostet nur etwas Zeit. Hanna, Liebes, ich weiß. Ehrlich gesagt, mache ich mir mehr Gedanken darüber, was ich an Klamotten mitnehmen soll. Also in L.A. ist es warm. Du brauchst nicht viel. Ach, Jenny, du hast es so gut. Du kommst hier raus aus Berlin. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Warum hat man eigentlich nie das Richtige zum Anziehen? Jenny, das schaffst du schon. Ja, gut. Also sei nicht sauer, Süß. Aber ich muss jetzt los. Sie bezahlten und beim Abschied gab Hanna so viele gute Münsche mit auf den Weg, dass Jenny ganz schwindelig wurde. Das letzte Abendmahl. Das Ticket aus dem Reisebüro in ihrer Prada fuhr Jenny nach Hause raus an den See. Lauter Musik dröhnte aus dem Haus. Jenny erkannte den herzzerreißenden Ton von Whitney Houston, Run to you. Und schon fiel ihr Tochter Marie schluchzend um den Hals. Da bist du ja endlich. Was ist denn los, mein Schatz? fragte Jenny zärtlich. Ach Mama, Dennis ist so ein Schwein. Dennis war der Lebensabschnittsgefährte von Marie, den Jenny offengesagt ziemlich mochte. Und so sehr mochte, dass sie diesen netten Kerl innerlich schon adoptiert hatte. Aber anscheinend war er wohl doch nicht so nett, wenn sie ihre Tochter jetzt betrachtete. Stell dir vor, dieser Wichser ist fremdgegangen. Einen Moment lang hielt Jenny inne. Wiederholt es sich ja alles im Sinne von und täglich grüßt das Murmeltier. Bist du dir sicher oder vermutest du das? Ganz sicher. Weißt du, ich studiere wie eine Blöde, arbeite in diesem Café, mache nebenbei diesen Kurzfilm mit und der fickt in der Gegend rum. Also komm, jetzt lass uns erstmal reingehen. Sag mal Mama, was sind das eigentlich für Typen hier, die hier umlungern vor unserem Garten? Ach, das sind nur Fotografen. Sie schob Marie ins Haus hinein, erkläre ich dir später. Und der absolute Oberhammer ist der, ereiferte Marie sich weiter, dass er es mit dieser Bitch in unserem Bett getrieben hat. Nicht mal die Bettwäsche hat er abgezogen und ihren Billigslave habe ich auch noch darin gefunden. Ich könnte echt kotzen. Also nur mal langsam, Süße. Mach erstmal die Musik leise und dann reden wir. Sag mal Mama, was ist das eigentlich für eine Schlampe, die ohne Schlüpper rumläuft? Kann es sein, dass sie dieses Teil absichtlich vergessen hat? Keine Ahnung. Und dann ist dieser Idiot, oh Mann, ich könnte ihm eine reinhauen. Weißt du, wie er seine Fremdfickerei abgewertet hat? Kann man das denn, fragte Jenny unglaublich. Denn es schon. Er sagte, ach Baby, ich habe die ganze Zeit dabei nur an dich gedacht. Jenny kriegte einen kleinen hysterischen Lachanfall. Sorry, Süße, das klingt total abgefahren. Ist es auch. Und die Bettwäsche, meinte er, die könnte man ja waschen. Jenny holte die Flucht. Also, ich muss schon sagen, das klingt sehr pragmatisch und wiederum so ehrlich, dass einem im Grunde genommen der Wind aus den Segeln genommen wird. Sag mal, was deckt der sich eigentlich, Liebes? Männer denken nur dann geradeaus, wenn sie eine Erektion haben, sagte Jenny selber, so frustriert darüber, dass sie sich nicht mehr beherrschen konnte. Das musste raus. Marie blickt ihre Mutter entsetzt an. Sag mal, meinst du das wirklich? Ja, das meine ich. Was ist denn los mit dir? Das klingt so abgeklärt. Kann sein. Ich denke mittlerweile etwas anders über Beziehungen und die große Liebe. Wie denn? Ach, ganz allgemein? Ja. Genieße die Männer, so gut es eben geht, aber verlange nicht, dass sie dich ausfüllen. Wow, brachte Marie hervor. Oh Süße, das tut mir so leid. Jenny nahm sie in den Arm. Sie blickte ihre Tochter an, sah den Schmerz in ihren Augen und fühlte sich nicht in der Lage, zu diesem Thema andere Worte zu finden, als die, die gerade aus ihr herausbrachen. Tom ging ja auch fremd. Und Jenny? Jenny, also ich koche uns erstmal einen Tee oder doch, lieber heiße Schokolade? Schokolade, schniffte Marie und kuschelte sich an Mama. Schön, dass du da bist, sagte Jenny und dachte gleichzeitig daran, was sie alles noch zu erledigen hatte. Sie wollte in Ruhe packen und ihr eigentliches Ehe ausverdrängen, aber es kam immer anders, als man dachte. Marie wollte ihr unglückliches kleines Herz ausschütten und Jenny konnte sie ja nicht einfach wieder wegschicken, auch wenn sie selber beziehungstechnisch erbärmlich drauf war. Ach, ich bin so froh bei dir zu sein. Marie setzte sich an den großen Küchentisch und sah dabei zu, wie Jenny die heiße Schokolade zubereitete. In Jennys Kopf wirbelten derweil Tau, Senf, Dinge herum. Was sollte sie bloß alles mitnehmen? Am besten gar nichts. So etwas hatte sie noch nie gemacht. Einfach wegfliegen mit ihrer Prada und vielleicht ein bisschen Handgepäck. Plötzlich schrie Marie auf und Jenny hätte verschreckt beinahe die Schokolade vergossen. Mama, die sieht ja aus wie du! Marie hatte die Zeitungen am Wickel, die sie und Veko küssend im Wagen zeigte. Und dann doch noch die da vom Vortag, als sie mit Veko auf diesem Event zufällig fotografiert worden war. Oh nein, dachte Jenny und hatte die Wahl, herumdrucksen oder einfach die Karten auf den Tisch zu legen. Marie starrte unglaublich auf die Fotos und sagte, das bist du! Ja, das bin ich, sagte sie schließlich. Mit offenem Mund starrte Marie sie eine kleine Weile an. Sag mal, wieso küssten du diesen Schauspieler? Was ist denn hier eigentlich los und überhaupt, wo ist ein Papa? Weiß er davon? Schätzchen, wie sollte er es nicht wissen, wenn schon Fotos in der Zeitung sind? Na, ja, und was sagt er dazu? Also, ihr tat sich eine Stimmung auf, die Jenny momentan überhaupt nicht gebrauchen konnte. A, wollte sie sich nicht von ihrer Tochter rechtfertigen und B, hat Tom das ganze Ding ins Rollen gebracht. Wir erinnern uns, Jenny wollte ihren Mann super sexy überraschen und überraschte ihn mit seiner Geliebten auf dem roten Teppich. Erst daraufhin kam Veko ins Spiel. Ein Umstand, den es normalerweise nicht gibt. Hollywood-Star rettet betrogene Ehefrau. Wie dem auch sei, Jenny saß in der Erklärungsklemme und Tom glänzte mal wieder durch Abwesenheit. Weißt du, begann Jenny zögerlich, dein Vater ist auch nicht ganz ohne. Wie meinst du das? Ich habe durch Zufall erfahren, dass er eine Geliebte hat. Marie wurde kreidebleich. Das glaube ich nicht, kann ich mir vorstellen. Aber ich habe sie beide zusammen gesehen. Mama, das kann ein Irrtum sein, vielleicht war es nur eine Kollegin oder sie ist Gespenster. Marie klammerte sich an vage Hoffnungen, doch Jenny musste sie enttäuschen. Nein, Schätzchen, es ist nicht nur so, dass ich den beiden auf dem roten Teppich zufällig gegenüberstand, er hat es auch zugegeben. Wie lange allerdings Tom schon seine Spielchen spielte, das wollte sie ihrer Tochter nun doch nicht zumuten. Es ist immer ein Schlag mitten ins Herz, wenn Kinder erkennen, dass ihre Eltern keine Heiligen sind, egal wie alt sie selber sind, egal wie viele Dramen sie schon von anderen her kannten oder selbst erlebt hatten. Das heißt, Papa geht fremd. Ja, das heißt es. Marie brach nun in Tränen aus und Schluchzerrung, dass sie bald den Verstand verliere und nun nichts mehr so sei wie früher. Alles um sie herum breche zusammen und überhaupt, dann fragte sie, sag mal, hast du nichts bemerkt? So etwas passiert doch nicht aus heiterem Himmel. Ha, nun lag der Ball bei Jenny. Sie musste zugeben, dass sie wie ein Blindfisch die letzten Jahre an seiner Seite gelebt hatte, ihm blöderweise vertraute, sich vertrösten ließ, wenn nur erst dies und wenn nur erst das erledigt sei. Dann hätte er auch wieder Zeit und so weiter. Seine Arbeit stand immer im Vordergrund und Tom manövrierte sich geschickt von einer Ausrede zur nächsten. Jenny dachte wieder an das Gespräch, als es darum ging, sie zur Party mitzunehmen und welche Geschütze er da aufgefahren hatte und das alles nur, um sie schön im Haus zu parken. Marie schlürfte die Schokolade und sagte schließlich sehr erwachsen, Mama, wir sitzen wohl beide im gleichen Boot. Glaub mir, wir sind nicht die einzigen Frauen auf dieser Welt, mit denen sie umgesprungen wird. Das Schlimmste an der ganzen Sache sind meiner Meinung nach die Lügen. Die Lügen, die einen oder mehrere Seitensprünge begleiten. Naja, Frauen lügen aber auch. Sicher, auch Frauen haben Affären. Dennoch glaube ich, dass es bei Frauen eher so ein Verliebtheitsding ist. Sie gehen fremd, wenn sie sich vernachlässigt fühlen. Ich habe Dennis vielleicht auch zu viel allein gelassen. Ich hatte immer den Kopf voll mit Dingen, die ich erledigen musste. Kleiner ist, jetzt halt mal die Luft an. Du gibst jetzt nicht dir die Schuld. Du hast getan, was getan werden musste. Schließlich musst du dich um deine Zukunft kümmern und nicht nur um seinen Schwanz. Na, siehst du ja, wo das hingeführt hat. Ich sage dir jetzt was, was du vielleicht nicht hören willst, aber es ist wirklich so. Sex ist ein Beziehungsbarometer für alles, was in einer Beziehung stattfindet oder eben auch nicht. Tut mir leid, Schatz, dass ich so offen mit dir bin, aber mit Platz dir gleich der Kragen. Ich hatte ja auch gedacht, dass das, was ich in unserer Ehe eingebracht habe, ausreichen würde. Ich habe Tom zuliebe so viele Dinge getan und auch nicht getan, damit er sein bequemes Leben hatte. Anscheinend war es zu bequem. Ich wollte ihm alles recht machen und spielte sogar mit der Idee, mich unters Messer zu legen, damit er mich wieder attraktiv findet. Na, das ist ja wohl wirklich das Letzte, schrie Marie auf. Ich will keine Mutter, die wie ein Botox-Junkie aussieht. Außerdem bist du schön. Keine Angst, mache ich nicht. Aber dein Vater hätte einfach wie früher sagen müssen, dass er sich mit mir langweilt, dass er mich nicht mehr liebt oder was auch immer. Das hätte mich zwar auch verletzt und aus der Bahn geworfen, aber diese Zähne auf dem roten Teppich wäre mir erspart geblieben. Gleichzeitig dachte sie daran, dass sie dann aber auch nicht Veko kennengelernt hätte. Wie, roter Teppich? Also wie jetzt? Hast du den da richtig erwischt? Ja, das kann man so sagen, aber das ist eine längere Geschichte. Erzähl. Mensch Mama, ich habe Zeit. Und du doch auch. Marie, sorry, aber ich bin echt etwas in Eile. Morgen früh geht mein Flieger nach Los Angeles und ich muss noch packen. Was willst denn du in L.A.? Ich mache ein Homestory von Veko Andersen. Von dem da? Marie klopfte mit dem Zeigefinger auf das Foto. Von dem da. Ah, jetzt verstehe ich auch diesen Presserummel. Naja, der wird sich auch wieder auflösen. Also sag mal, Mama, wie ist denn das möglich? Beute Marie weiter. Der ist ein Superstar. Marie gab ihr Wissen weiter. Ich arbeite gerade für die Uni an einem Vortrag über Helden. Helden aus der Mythologie, die Kriegshelden, die Liebeshelden, moderne Helden und eben die Helden aus der heutigen Zeit. Die Leinwandhelden, die wir so anbeten. Und dieser Mister hier, der ist everybody's darling. Also jetzt red schon, wie bist denn du an den rangekommen? Da Marie keine Ruhe gab, fühlte sich Jenny geschlagen und erzählte kurz und knapp, dass sich das alles auf dem Filmfestival abgespielt hatte. Sie mit ihrem High Heels gestolpert sei und Veko sie aufgefangen hatte. Als sie Tom und seiner Geliebten gegenüber stand, war er der Retter in der Not. Siehst du, ein Held, sagte Marie. Na ja, und dann haben wir miteinander einen netten Abend in der Paris-Bar verbracht und sind mit dem Taxi durch die Stadt gefahren. Okay, das erklärt das eine Foto. Und das andere hier, wo ihr euch küsst, na ja, also das war am nächsten Tag. Wie jetzt? Na ja, ich habe ihn zum Airport gefahren und da waren dann eben auch wieder diese Fotografen. Steht du nach ihr auf? Also, du erlebst ja Sachen. Also ich hinterfrag jetzt nichts mehr, okay? Jenny war ihrer Tochter sehr dankbar, keine weiteren Details ausplaudern zu müssen und fragte, was machen wir jetzt mit dir? Was wirst du tun? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht brauche ich Abstand. Ich kann unmöglich so weitermachen. Ich bin verletzt. Das Dumme ist nur, ich liebe ihn immer noch, diesen Arsch. Na ja, und Dennis liebt dich auch. Schau mal, er ist oft unterwegs und dann diese ewige Versuchung. Wie meinst du das? Na ja, also Musiker sind Menschen des öffentlichen Lebens, müssen den ständigen Avancen widerstehen. Also Mama, nimmst du dir denn noch einen Schutz jetzt oder was? Nein, aber er wird angehimmelt von kreischenden Fenstern ihres Lips und BHs auf die Bühne werfen. Er kriegt die Mädchen quasi auf dem Tablett serviert. Musste mal, Marie musste lachen, das ist schon krass, ne? Aber, weißt du, wenn er seinen Teil schon nicht unter Kontrolle hat, muss er es doch nicht in unserem Bett treiben. Na, das ist der springende Punkt. Es geht hier nicht nur um seine Treue, sondern um Loyalität. Fremdgehen ist an sich schon eine Katastrophe, aber alles aufs Spiel zu setzen, das ist auch noch dämlich. Nicht, das macht man einfach nicht. Es sei denn, er wollte, dass du es bemerkst. Wie jetzt, weil er zur Freie geht, mit mir Schluss zu machen? Marie heute nur wieder los. Also ich finde, sagte Jenny, ihr sollte miteinander reden. Stell ihn vor die Wahl. Entweder er reißt sich am Riemen oder er kann so viel herumvögeln, wie er will, aber du bist dann raus aus der Nummer. Cool, wie du da herredest, so kenne ich dich gar nicht. Schatz, diese ganze Vernebelungstaktik ist der reinste Zeitkiller. Dein Vater hat mich fünf Jahre an der Nase herumgeführt. Marie schaute sie erschrocken an. Jenny vertrete die Augen, oh Gott, jetzt war es doch passiert. Nun mussten sie doch über Tom sprechen. Also dein Vater hat wahrscheinlich gedacht, wenn er überhaupt gedacht hat, dass sich diese Angelegenheit irgendwie irgendwann von selbst regelt. Was ja letztendlich auch so war. Mir bleiben nur zwei Möglichkeiten, entweder auf seine Spielchen einzugehen oder ihn zu verlassen. Stille zwischen ihnen, bis Marie fragte, und was wirst du tun? Tom ist ausgezogen, weil ich mir Klarheit verschaffen will. Als erstes werde ich meine Karriere ankurbeln und dann sehe ich weiter. Ah, und deshalb L.A. Etwas besseres als Vekos Angebot konnte mir in der jetzigen Situation gar nicht passieren. Glück im Unglück, wenn du so willst. Und du, du konzentrierst dich auf dein Studium und verschwendest nicht deine Jugend an so einen Kerl. Meinst du wirklich, ich sollte ihn vergessen? Also du musst wissen, ob du damit umgehen kannst. Nach dem Motto, ihn wenigstens ein bisschen als gar nicht mehr zu haben, fragte Marie. Also das hört sich für eine junge, schöne Frau, die alle Männer um den Finger wickeln könnte, ganz schön nüchtern an. Ich weiß, aber wenn du nicht von ihm lassen kannst, geh zu ihm, fick ihn um den Verstand. Und schon hat er zumindest die Sache vergessen. Mama, was ist denn nur los mit dir? Ach, Süße, es hört sich so dramatisch an, ist aber leider Gottes so. Plötzlich wachst du auf und erkennst dich und dein Leben nicht mehr wieder. Darauf wird man nicht vorbereitet. In so einem Stadium befinde ich mich gerade. Alles oder nichts? Genau. Jenny ergriff die Hände ihrer Tochter und sagte, du wirst schon das Richtige tun. Davon bin ich überzeugt. Marie trocknete ihre Tränen und öffnete die Bluse. Guck mal, es ist zum Wahnsinnigwerden. Und zeigte ihre Schwitzränder. Na du, davon kann ich auch ein Lied singen. Sobald ich mich aufrege, fühle ich mich wie in den Tropen. Anscheinend bin ich frühzeitig ins Klimakterium geschlittert. Und dein Vater hat sich deshalb eine Jüngere gesucht. Eine, die ihren Östrogenspiegel und ihr Aussehen besser unter Kontrolle hat. Unsinn, sagte Marie Willemann. So ein Quatsch, Mama. Wenn du jetzt schon im Klimawandel bist, dann bin ich nie aus der Pubertät herausgekommen. Doch, das bist du. Das ist alles nur eine Phase, Hase. Sag ich doch, Frauen haben immer irgendwelche Phasen. Jenny war erstaunt über die Weisheit ihrer Tochter. Jetzt noch was anderes, meine Süße. Könntest du dich um unsere Cookie kümmern, während ich weg bin? Klar, ich wollte sowieso wieder hier einziehen, wenn es okay ist. Na hör mal, das ist dein Zuhause und dein Zimmer erwartet dich. Der Hund, ein herrlicher, schwarzer Labrador, kam freudig auf Marie zugelaufen und beide knuddelten mit Herzen auf dem Boden herum. Schade ist nur, dass du nicht da bist. Ich hatte mich schon so auf unsere gemütlichen Abende und dein gutes Essen gefreut. Wird alles nachgeholt, versprach Jenny und machte Anstalten ins Kleidezimmer zu gehen. Musst du jetzt packen? Naja, du könntest mir ja Gesellschaft leisten und ein paar Tipps geben. Gerne, rief Marie aus. Sprang auf und der herrliche Labrador rannte ihnen hinterher. Jenny und Marie hatten ein ausgesprochen vertrautes, liebevolles Verhältnis zueinander. Das war nicht immer so, denn Maries plötzliche Pubertät, die sie aufsässig, frech, aber fantasievoll über die Bühne brachte, hatten Jenny einiges an Verständnis und Vertrauen abverlangt. Sie hatte die Leine abgelegt, damit Marie herausfinden konnte, was richtig für sie wäre. Nun ist sie erwachsen und die Saat, die Jenny eingebracht hatte, schien aufgegangen zu sein. Marie absolvierte ihr Studium mit Bravour und würde bestimmt eine tolle Schauspielerin werden. Nicht nur, weil sie schön, intelligent, schlagfertig, humorvoll, ehrgeizig und zauberhaft war, auch ihr Fleiß würde sich irgendwie auszahlen. Davon war die stolze Mutter überzeugt. Im Ankleidezimmer lag immer noch das Hauskleid. Das Teil hatte eine Menge erlebt in den letzten Tagen und Jenny stieg darüber hinweg. Warum hipsten wir das nicht auf? fragte Marie. Das ist doch gar nicht deine Art, das passt eher zu mir. Ach, lass es ruhig liegen. Marie setzte sich wie Vigur auf den Boden, lehnte den Kopf an den Türrahmen und sah zu, wie Jenny alle möglichen Kleider, Tuniken, Shirts, Hosen und Tops in einen Koffer warf. Das ist viel zu viel, du nimmst immer viel zu viel mit. Und, stimmt, alles nur Ballast. Ich nehme nur ein Kleid mit. Guck mal, dieses tolle schwarze Spitzenkleid von Deutsch und Gabana. Schwarze Pumps, ein paar Seidentops, eine Tunika, eine Strickjacke, Jeans und Lederjacke. Ziehe ich an, dann noch Unterwäsche, Nachthemd, Kosmetik und die Fotoausrüstung. Das ist gut, du machst dich, Mama. Offengestanden bin ich ziemlich unsicher, was die Reise angeht. Ich lehne mich da ziemlich weit aus dem Fenster, findest du nicht? Naja, was soll denn schon schief gehen? Du machst die Story und wer weiß, was sich da so beruflich sonst noch so ergibt. Man kann ja nicht wissen und du bringst mir was Schönes mit. Ja, von Victoria's Secret. Unbedingt, Mama. Ja, mache ich natürlich. Weißt du, Mama, ich bin mit der Gewissheit nach Hause gekommen, auftanken und aufsaugen zu können. Nun muss ich mit ansehen, wie du deine Koffer packst, nach Amerika zu einem Schauspieler fliegst und mein Vater ist ausgezogen. Weißt du, mein Schatz, Jenny setzte sich neben Marie auf den Boden. Eltern sind auch nur Menschen, machen Fehler und haben Bedürfnisse. Wie waren dir bisher sicher wie eine Schweizer Bank? Was auch in Zukunft so bleiben wird, selbst wenn wir nicht mehr unter einem Dach leben. Meinst du, das geht? Auch wenn du jetzt in unserer eigenen kleinen Familie schmerzhaft erlebst, dass es keine Sicherheiten gibt, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Im Gegenteil, sehen wir es doch als Chance. Marie sah ihre Mutter an und sagte mit fester Stimme, Ich denke, Spaß sollte immer einen festen Platz im Leben einnehmen und du hattest verdammt wenig davon in der letzten Zeit. Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich hier um unsere Cookie und was sonst noch so anliegt und wir bleiben in Kontakt, ja? Nimm deinen Laptop mit. Jenny freute sich über die vernünftigen Worte und endlich stellte sich bei ihr auch so eine Art Vorfreude ein. Dieses schöne Gefühl, wo mehr Glückshormone als beim tatsächlichen Ereignis ausgeschüttet wurden. Seitdem sie nicht mehr damit haderte, ob sie ihre Augen niederstraffen lassen sollte oder nicht, waren die Glücksboten im Anmarsch. Wusstest du, dass ein gutes Essen Endorphine ausschüttet, die glücklich machen? fragte Jenny ihre Tochter. Allerdings nur für kurze Zeit, ne Mama? Ja, immerhin. Also pass auf, wir gehen jetzt mit unserer Cookie am See spazieren. Der Wind wird unsere trüben Gedanken einfach davonblasen und dann koche ich dir dein Lieblingsessen. Oh ja, rief Marie, das machen wir. So, meine Lieben. Das Kapitel ist natürlich noch nicht zu Ende, aber ich denke mir mal, das ist jetzt ungefähr knapp eine halbe Stunde. Das sollte erst mal ausreichen, sonst lädt er wieder 20 Stunden hoch, dieses Video. Ich freue mich natürlich, wenn ihr weiterhin einschaltet. Wir sind jetzt ungefähr über die Mitte. Also da kommt, das wird jetzt noch sehr spannend, weil sie ja nach Los Angeles fliegt. Vorher kommt aber noch Tom Arschloch nach Hause. Und das sind auch nochmal so schöne Dialoge zwischen den Dreien und zwischen den beiden dann, so Familienleben eben. Und ja, also ihr Süßen, ich wünsche euch einen tollen Sonntag oder wann immer ihr das schaut und zuhört. Ich freue mich, dass ihr auf meinem Kanal seid und dass ihr auch meine Lesung so treu begleitet. Und viele Ladies haben sich das Buch ja auch schon bestellt. Das habe ich ja schon mitbekommen. Die haben mir privat geschrieben, die, ich sehe das ja auch dann, ich sehe das ja, die Bücher gekauft worden sind. Über den Verlag, das teilt er mir ja mit. Und das ist sehr schön, das freut mich. Unglaublich. Tja, also anyway, alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschau. Tschau. Tschau.